bewegen kann man sich überall und das machen wir jetzt auch hier und ich fange mal an das workout zu erklären wir fangen mit dem kopf an das ist eine acht von rechts nach links erstmal schön locker wir wollen uns erst mal ein bisschen auflockern dann von links nach rechts ich zähle natürlich auch mit dann kommen die schultern von vorne über oben nach hinten genau auch erst mal schön locker aber richtig ausführen dann die schultern einmal immer weg im wechsel rechts unten links oben und achtet auch auf meine hände macht es genauso wie ich also langsam langsam schnell 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 dann wieder langsam langsam dann kommt der oberkörper einmal runder rücken und einmal hohlkreuz also einmal brust raus und einmal runder rücken auch schön die bauchmuskeln dazu mitnehmen dann kommen die knie hoch als wenn ihr irgendwie ein brett oder so zerschlagen wollt dann einmal runter als wenn ihr euch ganz tief hinsetzen wollt schön den rücken gerade und nach vorne zu euren händen gucken dann bleiben wir einfach unten im refrein machen ein karré das heißt eine viertel drehung jeweils dann einmal auslockern die fersen zum po und dann kommt der schöne jumping jack ganz schnell auch zum rhythmus der musik deswegen ist es ein dance workout dann kommen die runnings natürlich auch im rhythmus der musik geht relativ schnell wir wollen ja auch was für uns tun dann kommen wieder die jumping jacks vier achter und dann einmal noch mal die knie hoch und diesmal aber wirklich die knie zum ellenbogen langsam langsam und schnell schnell und jetzt geht es auch schon los und kopf 1 2 3 4 5 6 7 8 wechsel 1 2 3 4 5 6 7 schultern und 1 2 3 4 5 6 7 8 noch mal schön ausführen und 5 6 7 schultern abwechselnd runter 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 und runter runter und runter 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 Acht. Und Knie hoch. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Schön hoch. Und die Hände mitnehmen. Und fünf. Sechs. Sieben. Acht. Po runter. Hoch. Runter. Hoch. Und runter. Hoch. Rücken. Gerade. Und nach vorne gucken. Und fünf. Sechs. Sieben. Acht. Unten bleiben. Ta. 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 Und fünf. Sechs. Sieben. Acht. Viertel Drehung. Ta. Schön rücken gerade. Gerade ausgucken. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Und drehen. Schön unten bleiben. Halte durch. Sieben. Acht. Nochmal. Eins. Zwo. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Und hoch. Hoch. Auslockern. Fünf. Sechs. Sieben. Nochmal. Und Ferse. 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 Schön locker. Fünf. Sechs. Sieben. Jumping Jacks. Ta. 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 Schönen Rhythmus. Ta. 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 Nochmal. Eins. Zwo. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Und runter. Runnings. Und runter. 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 Nehmt die Hände mit. Ta. 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 Schafft ihr. Ta. 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 Und fünf. Sechs. Sieben. Acht. Nochmal. Und eins. Zwo. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Nochmal. Und eins. Zwo. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Knie. Hoch. Hoch. Doppelt. Doppelt. Und links. Rechts. Links. Links. Und rechts. Links. Rechts. Rechts. Und links. Links. Rechts. Links. Links. Und hoch. Hoch. Ta. Ta. Schöne Musik. Ta. 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 Und hoch. Hoch. Doppelt. Noch einmal. Und hoch. Hoch. Doppelt. Doppelt. Sehr gut. Das war doch eine schöne Mittagspause. Ich muss was trinken.